Ok, da ist jetzt einer. Was, voll? Achso, ok, voll. Ich möchte gerne von hinten angreifen. Kann ich das? Kann ich das? Aufschalten! Ok, ok. Skillpunkt erhalten. So, F. Gut, 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 gut. So, eindringen, eindringen! Oh, so muss ich das schon wieder machen. Wie geht denn das? Ach, cool. Ah, ok. Ok. So. Puh. Oh, was kommt jetzt? Oh, muss ich eine bestimmte Zeit machen? Oh! Oh, ok. So, eindringen. Puh. Oh! Ich bin drin. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang, und ich hab meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Bezirken. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Ok, ich muss los. Ich hab zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Ok. Muss ich hier irgendwie wieder rauskommen, oder? Jetzt hab ich's verstanden, weil jetzt sind hier die CTOS-Türme freigeschaltet. Das finde ich sehr nice. Was ist denn das da? Deshalb würde ich jetzt sagen, gehe ich einfach hier jetzt zur Hochbahn. Muss ich da aber irgendwie rauskommen. Ohne dass es jemand merkt. Wie wäre es denn, wenn ich da runter springe? So. Also, so in etwa halt. Und ich habe einen Skillpunkt erhalten. Muss ich gleich mal angucken, was ich da dann einsetzen kann. Oh, da ist eine. Find ich gut. Komm. Okay. Cool. Cool. So. Warte, fahr ich überhaupt in die richtige Richtung? Äh. Du musst was für mich erledigen. Ja, fahr ich. Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen gerade. Tut mir leid, ich muss kurz unterbrechen. Denn ich brauche hier Punk-Automaten-Hack-Boost. Auf jeden Fall. Möchte ich. Gut. Okay. Zurück. 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 Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja, gut. Schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mache es. Gut, um was? Genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Musst einen Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Das ist wahrscheinlich dann hier die nächste Kampagne. Wie gesagt, davor hole ich mir jetzt hier den CTOS-Turm. der dort oben ist. Gott. Das ist die Frage, wie komme ich da hin? Cash Run? Nein, nee, danke. Die Gruppe sagte, dass, das sogenannte Auftragshacker das System leicht für den höchst bietenden manipulieren könnten, auch für Terroristen. Das Rathaus und die Vollzugsbehörden widersprechen dem und sagen, dass ihr euch nicht mehr verletzt habt. Oh shit. Also eins kann ich euch schon mal sagen, dass... Was ist denn das da? Warum wird denn der bei mir rot angezeigt? Das ist ein Bulle, oder? Jetzt muss ich... Jetzt ist die Frage, der ist hier irgendwo da oben. Wo ist denn der dort? Ah. Da ist die Frage schon mal gelöst. Und zwar wie ich da hinkomme. So. Und wo ist er denn dort oben? Wie komme ich da hin? Ah, ich habe gerade nichts gesehen. So. Oh, da ist noch zu. Wie geht denn das hin? Irgendwo dort oben. Ich habe eine Kamera. Ich sehe jetzt leider keine Kamera. Hier kann ich leider nicht hängen. Wo ist denn jetzt die Kamera? Wo ist denn jetzt die Kamera? Ich sehe keine Kamera. Ich sehe keine Kamera. Warte, warte, warte. Kamera. Kamera. Okay. Kamera. Kamera. Aha. Ups. Entriegeln. Ah. So, so. Das dann. Noch eine. Weil hier gibt es auch noch was zu entriegeln. So. Perfekt. Geh mal ganz gechillt hier hin. Kann ich ihn eigentlich schlagen? Oh, nein. Geh mal ganz gechillt. Du musst jetzt hin. Der ist weg. Ähm. Der ist weg. 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 Oh, jetzt sind selber ruhig. Ups. Halt, ich muss hier rein. So, wo ist... Wo steht der... Ach Gott, da oben. Okay. Gott, gehen wir rein. Ah. Tut mir jetzt leid, dass hier, ähm, jetzt ein paar Folgen mal ohne An- und Abrede waren. Aber ich glaube, jetzt... Wenn wir jetzt die Folge vorbeistellen, mal kurz eine kleine Pause machen. Und wir sehen den... Bereich, der jetzt hinzugefügt wird. Jawohl, sehr gut. Oh, das ist aber sehr viel. Ich hätte jetzt ganz gerne ein Bankautomat. Wie sind das? Fixer Auftrag. Das ist die Mission. Äh, die Kampagne meine ich. Ich sag immer Mission. Ist das gleiche eigentlich. Schlechter Beifahrer. Ne, okay, komm. So, jetzt muss ich hier irgendwie wieder runterkommen. So, jetzt muss ich hier gucken, weil mein PC macht gerade komische Geräusche. Wartet mal. Ah. Ah, ne. Scheint alles. Verbrechen erkannt. Okay, wo? Auch dort. Oh Gott, 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 oh Gott. Und dann muss ich hier und dann nach unten kommen. Nach unten klettern. Ja, soviel dazu. Das ist ja jetzt einfach mal nichts. das ist ein bankautomat gegen einen hacken ich kann nicht nicht hecken ist und bankautomat motorrad und zwar dahin bitte das motorrad steuert sich ja mega kacke kann ich nur sagen das motorrad ist zwar schnell aber es steuert sich scheiße und es ist viel zu schnell und es raucht ja schlechte beifahrer machen wir nun die mission schlechte beifahrer es ist so bitteschön mission gesperrt ich habe zu viel jemand trinkt in ihr spiel ein er hat mich gefunden dann finde ich ihn besser auch jordis job wird warten müssen 2x den tab stehen bleiben stehen bleiben einstellt steckt rein wo ist der hier irgendwo online hacking gehackt werden ok legen sie legen sie ein profil mit er wird sich rein wenn ich sein signal zurück verfolge finde ich ihn vielleicht bevor mein handy knackt ein profiler öffnen ja ich finde wo ist der hier muss doch irgendwo sein warte 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 Oh, der hackt mich weiter! Scheiße! Hier sind so viele Leute! Warte, warte! Ich hab grad irgend... jemand anzeigen... gesehen. Wo ist der hin? Nicht der Hacker, nicht der Hacker, nicht der Hacker! Nicht der Hacker, auch nicht der Hacker! Wut? Nicht der Hacker, nicht der Hacker! What the... Fuck, wo ist der? Sorry, mein Fehler! Was ist der Hacker? Ja, weiß ich auch nicht! Entschuldigung, er ist fast drin! Ja, oder also am Unabhängigkeitstag der Hacker... Wer ist denn der Hacker? What? Was? Mist! Ich hab keine Ahnung, wer der Hacker ist! Kein Stimmer! Bin ich bescheuert? Da hinten! Verdammt, Mann! Nur mit der Ruhe! Ja, ich... Okay, hinterher! Aha! Wo war der? Wo ist der? Interessiert sich jemand für mich? Fixer sind Söldner! Sie arbeiten nur für Geld! Also hat er mal dein Kopfgeld auf mich ausgesetzt! Und das sind verdammt schlechte Neuigkeiten! Wenn ich nicht irre! Kommunizieren die über das Raster! Oh, Mann! Jetzt ist der abgehauen! So ein Kack! Warte, wo ist schon unsere Mission hin? Wir haben keine Mission mehr! Öffnen Sie den Online-Auftrag! Warte, sofort? Nachdem ich den geheckt hab? Äh, ja, ja! Sag nicht, ja, ja! Äh, wie kann ich das öffnen? Ah, hier! Wir wollten das doch zusammen machen! Du hattest be... Okay! Online-Hacking, wählen und ein Ziel anfordern! Wo ist denn das Online-Hacking? Online-Rennen... Online-Hacking! 1 gegen 1! Navigieren... Weltkarte... Okay... Online-Rennen, Online-Hacking! Online-Hacking! Okay... Und ein Ziel! Was du heute kannst besorgen! Mal sehen, was ich für einen Auftrag ergattern kann! Okay... Hä? Was... Hä? Suche nach... Spieler zum Hacken! Ja, dann such mal! Ein Fixer finden! Wenn sie... Wenn sie... Nach einer Fixer zum Hacken suchen! Werden ihnen einige Details angezeigt! Die möglichen Gewinne und Verluste! Huh! Für ihre Bekannte die Online-Hacking zeigt, wie gut das Ziel darin ist, Eindringlinge zu finden und zu töten! Erneut versuchen! Lrrr... Okay... Alles klar... Sammelt Antiquitäten... Schade. Dann muss ich hier wohl die Kampagne machen. Ah, warte, ich glaube, das war... ...gut. Alter! Ich glaube, das war nicht mal... ...das war nicht mal ein, ein, ein richtiger Spieler, der mich da gehackt hat. Sondern der war Verbrechen erkannt. Hier wusste, da hinten. Okay. Ah, hinten ist das Verbrechen. Jetzt muss ich mal aufpassen, nicht, dass ich dem jetzt zu nahe komme. Potenzielles Opfer. Verbrechenswahrscheinlichkeit. Entschuldige mal. Scheiße. Nein! Hacken. Immer alles hacken, damit wir schön Geld verdienen. So. Ich kann alle hacken, die am Telefon sind. Oh, shit. Nein, ich nicht. So. Nein, das will ich nicht sehen. Die kann ich nicht hacken? Oh, nein, die telefoniert nicht. Okay. Mission. Die kann ich noch hacken. Ich habe mal keine Sorgen. Ich habe eine Versicherung. Ich habe ihn hacken. Okay, 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 okay. Alles cool. Das heißt, jeder, der sozusagen ein Handy hat, kann nicht hacken. Das heißt, den da. Scheiße, der hat gerade sein Handy weggelegt. So. So. Mission. Schlechter Beifahrer. Ich glaube, diesmal kann ich es jetzt machen. Mal, was ist mit dem da hinten jetzt? Wer ist das? Ich... Muss ich den jetzt verfolgen, oder? Ja, komm. Ey. Hey, grüß dich! Gestuch' durch! Ja! Hier ist nichts passiert. Ups, habe ich einen Zivilist getötet? Dummdi-dum. Hier ist nichts passiert. Also, machen wir jetzt die Mission. Hä? Fixer Auftrag schon wieder. Wie weit ist denn der weg? Ups. Nein, mach jetzt nicht. Ich mach jetzt die Kampagne. Darcy hat zugegeben, dass ihre Tage das Wochenende versaut haben. Ich hab ihr nur Recht gegeben. Und jetzt bin ich das Arschloch? Sehr ruhig. So. Warte, hier kann ich doch grad jemand hacken. Nein? Nein? Okay. Ich bräuchte so'n Bankautomat, dann hab ich mir richtig viel Geld. Hier. Bitte. So, Mission starten, bitte. Schlechter Beifahren. Viel Spaß. Würde ich einfach sagen, dass wir die Mission dann in der nächsten Folge sehen. Und, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Erg Bertrand. Wir Hampst Tempo! Hi.